Eine Frage, wenn wir jetzt sterben würden, was würden wir hinterlassen? Würden wir der Ummah fehlen oder würde sich die Ummah von uns erholen? Kennt ihr diese Fitna-Leute innerhalb dieser Ummah, die den ganzen Tag nur mit Fitna beschäftigt sind? Was ist ihre Aufgabe? Unheil zu stiften. Und wenn sie sterben, ein Himar, ein Esel draußen freut sich, weil dieser Fitna-Stifter gestorben ist. Er hat kein Loch hinterlassen, sondern er hat dazu beigetragen, dass die Menschen sich jetzt erholen können. Aber wenn einer stirbt, der für die Ummah immer da war, der das Gute geboten und das Schlechte verboten hat, der den Leuten die Religion beigebracht hat, der den Leuten das Gute beigebracht hat, so einer fehlt in der Ummah. Jetzt überlegt, liebe Geschwister, viele von unseren Lieblingen, die hier sitzen, sind heute da und morgen nicht. Und das wissen wir. Ich frage euch eins. Hätten wir einige Probleme, wenn manche Leute nicht mehr hier wären, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten? Haben wir. Wie kann man dann auf diese Leute losgehen? Wie kann man dann diese Leute denunzieren, schlecht machen? Das ist nicht das Richtige, sondern wir brauchen diese Leute. Wir sollten diese Leute unterstützen.